Hallo YouTube, ich bin Sarkon, grüß dich. Und zwar, ich habe mir gedacht, ey, ich bin ja so ein Typ, der viel arbeitet, auch gerade so mit meinen Digital Mind Hands bin ich ja voll am Coworken. Und deshalb frage ich mich, ob mir KI eventuell mal meinen Job wegnehmen wird, worauf ich ehrlich gesagt spekuliere. Das hat Simplicissimus als Video gemacht. Da gucken wir jetzt mal rein. Sieht ein bisschen aus wie Castlevania. Vor zwei Monaten hat die Corridor-Crew diesen Anime veröffentlicht. Er wirkt unglaublich aufwendig. All diese Zeichnungen, die Grimassen, die Bewegungen. Tatsächlich basiert das gesamte Video auf genial angewandter künstlicher Intelligenz. Junge, das Video ist ein bisschen zu laut, ne? Eine wahnsinnige Leistung. Aber da ist auch eine Frage, die im Raum steht. Da hätte ich voll Bock drauf. Da könnte ich nämlich endlich mein großes Harkon-Anime-Intro draus machen. Davon träume ich seit Jahren. Ich will so ein richtig cooles Kawaii-Rosenblätter-Harkon-Anime-Intro. Am besten noch mit eigenem Song auf Japanisch und irgendeinem riesengroßen Godzilla oder so, der mit einem riesengroßen Harkon kämpft. Was macht das mit der Branche, wenn eine kleine Crew so etwas produzieren kann? Und natürlich ist das kein Einzelfall. KI ist seit April letzten Jahres komplett explodiert. Ja. You are Balenciaga, Harry. Dieser Track wurde von einer KI generiert. Was bedeutet das für die Musikindustrie? Eins in den Chat, wenn ihr auch von einer KI generiert worden seid. Liefern Künstler bald nur noch ihre Stimme? Und ihr habt sicherlich von Chat-GPT gehört. Was soll das sein? Das macht heute schon ein bisschen Angst in was für... Ja? Es ist 13 Uhr 12. Mach mal. Eins. Eins. Knusper, dankeschön für 16 Monate. Leider nicht. Eins, null, null, eins. Wenn eine Zukunft uns das führen könnte. Unser guter Freund Döpfner will KI-Journalismus. Will er womöglich einen Rob... Okay, das hat mich mehr abgeholt, als es sollte. Das ist auch praktisch, weil er genau wie Reichelt und Wall-E wühlen ja beide im Müll rum und suchen danach irgendwas. Das ist schon sehr geil. Obo Reichelt installieren. In einer Studie konnte eine KI Hauttumore besser beurteilen als Hautärzte. Werden unsere Arztbesuche bald durch Full-Body-Scans einer Maschine ersetzt? Was passiert? Oh nein, das heißt, die ganzen rechten Spinner werden noch nutzloser, weil den ganzen Blödsinn, den die immer verzapfen, kann auch einfach eine KI rausspucken. Jetzt mit uns. Schafft KI uns alle ab? Nehmen uns Bots alle Jobs weg und machen uns nutzlos? Der Döcke-Jerr! Hier stellen wir sicher, dass es nicht richtig übel für uns läuft. Es gibt so eine geile South Park-Folge, wo die ganzen arbeitslosen Rednecks wieder quasi in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, indem die quasi einfach die Alexas ersetzen. Und dann setzen die sich quasi bei den Leuten ins Wohnzimmer. Und immer wenn Randy irgendeinen Song hören will, sitzt da so ein Redneck mit seiner Gitarre und spielt den Song. Oder er muss für ihn das Licht ausmachen oder so. Neben Chat-GPT wird auch Googles KI Bart immer beliebter. Der Chatbot ist aktuell allerdings nur in den USA und Großbritannien verfügbar. Mit NordVPN könnt ihr... Ach komm, Alter, ist nicht euer Ernst. Das ist doch einfach ein scheiß Meme, Alter. Kannst doch nicht... Heilige Scheiße, ey. Das war... Das war unhöflich. Das war extrem unhöflich, fand ich. Da einfach direkt, ohne Anspucken und ohne Anlauf, Werbung reinzuhämmern. Chat-GPT hat neulich nach dem genauen Standort von John Connor gefragt. Kann Chat-GPT mir sagen, kann Chat-GPT bitte meinen Boss anrufen? Ich muss nämlich zur Arbeit. Einen spannenden Artikel zu Overemployed Hustlern veröffentlicht. In dem Artikel berichten verschiedene Menschen, wie sie dank KI-Hilfe bis zu vier Vollzeitjobs gleichzeitig machen. Anspruchsvolle, gut bezahlte Jobs. Chat-GPT generiert Business-Pläne für sie, Blogposts oder baut Excel-Tabellen. Aber wenn diese Leute mit KI-Hilfe zum Teil drei bis vier Jobs machen, heißt das nicht, dass es in diesen Unternehmen eigentlich einfach nur weniger Arbeitskräfte bräuchte? Aber Moment mal, Excel-Tabellen, das ist doch die größte Lüge, die alle Menschen sich immer die ganze Zeit erzählen. Also es ist ja, in jeder Bewerbung schreibt ja jeder rein, dass er erweiterte Kenntnisse in Microsoft, Excel oder sonst irgendwas hat. Und das stimmt ja einfach nie. Ich weiß, wie man Excel aufmacht oder Word, dann hört es aber auch schon auf. Ah, Herr Harkon, Sie kennen sich also gut in allen Microsoft-Produkten aus? Na klar, klar, Bruder. Ich schreibe Ihnen alles in die Tabelle, was Sie möchten. Passen Sie mal auf, ich habe hier sogar, das eine Feld habe ich sogar farbig hinterlegt. Laut einer großen Studie der Investmentbank Goldman Sachs sind ungefähr zwei Drittel aller Berufe von KIs betroffen. Vertiefte Kenntnisse in Microsoft und LibreOffice, ja, verhandlungssicher beinahe schon, so wie mein Französisch. Wie sprechen Sie Französisch, Herr Harkon? Den meisten dieser Jobs könnten Bots und Co. langfristig circa 25 bis 40 Prozent der Arbeit übernehmen. Doch es gibt auch einen kleinen Teil aller Berufe, bei denen Programme schon bald die Hälfte oder sogar noch mehr der Arbeit erledigen könnten. Beispiele dafür sind technischer Support und Kundenservice allgemein, sowie Büroangestellte, die vor allem Daten irgendwo einfüllen oder Termine organisieren. Ich muss Ihnen mal erzählen, ich habe früher, als ich studiert habe, habe ich nebenher bei so einem Reiseflug-Dingsda-Börse, sowas wie Trip.de, Opodo, wie die nicht heißen, habe ich nebenher auch EDV gemacht. Und die einzige Aufgabe, die ich hatte, war wirklich, auf die Seiten von Ryanair und so weiter zu gehen und dort alle Flugzeiten von Leipzig nach London, von Leipzig nach Rom, keine Ahnung, zu copy-pasten und in eine Tabelle einzufügen. Das war meine Arbeit. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich natürlich die gesamte Zeit sehr viel gearbeitet habe und auch niemals mehr Pause gemacht habe, als ich es hätte machen müssen. Diesen Jobs wird es laut der Studie langfristig einfach deutlich weniger geben. Fast ein Fünftel aller globalen Arbeitsaufgaben könnte automatisiert werden. In Europa und den USA ist es sogar eher ein Viertel. Sieben Prozent aller momentan arbeitenden Menschen könnten in den nächsten zehn Jahren aufgrund von KIs ihren Job verlieren. Oh nein, die schönen Jobs. Ach, hör mir doch auf. Oh nee. Oh, dann können die Leute ja, dann können die ja gar nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten. Ach, wo kommt denn dann das Geld her? Ach, Grundeinkommen. Und solche Schätzungen kommen nicht von einer einzigen Studie. Die EU geht zum Beispiel ebenfalls davon aus, dass KI zahlreiche Arbeitsplätze eliminieren wird. Uff, das klingt bis hierhin erstmal ziemlich gruselig. Überhaupt nicht. Ich finde das wirklich nicht gruselig, dass sowas in unseren Alltag integriert wird. Das heißt nämlich, dass endlich die Leute wieder ein bisschen Luft kriegen. Ich finde, das ist einfach die nächste große industrielle Revolution, die wir erleben. Das ist so wie damals. Oh Gott, jetzt bewegt sich dieses Band ja von ganz alleine. Oh Gott, ich muss gar nicht mehr die Kutsche von alleine komplett selber bauen, sondern ich muss nur noch einzelne Räder anschrauben, die auch noch zu mir gefahren werden. Oh nein, das wird den Arbeitsmarkt aber verändern. Ja, es wird auch verändern, dass deine 30 Kinder nicht mit acht Jahren irgendwie im Bergwerk arbeiten müssen. Aber das ist wie so häufig nur die eine Seite der Medaille. Nein, wir werden nicht alle arbeitslos. Ganz allgemein werden KIs sich vor allem auf Jobs auswirken, die an Schreibtischen passieren. Hier sind künstliche Intelligenzen einfach am günstigsten einsetzbar. Busfahrer müssen nicht um ihre Jobs fürchten, weil eine gewaltige Flotte autonomer Busse schlicht wahnsinnig teuer wäre. Bei Bürojobs kann man KIs wie ChatGPT direkt nutzen. Ja, Busfahrer kann man doch auch, wenn autonomes Fahren wirklich mal ein Ding wäre, dann werden doch Busse und so bestimmt als erstes ersetzt. Oh nö, keine Bullshit-Jobs mehr. Stell dir mal vor, wenn jetzt auch noch der unterbezahlte McDonalds-Pommes-Fritierer auf einmal auf die Idee kommt, er hätte auch irgendwie Rechte oder Ambitionen im Leben. Im Fall war das eben als Wissenschaftler, gib mir doch mal Literaturempfehlungen zu diesem und jedem Thema und zack kamen die. Oder auch, hier ist ein Text, formulieren wir den doch bitte mal in folgendem Stil auf Englisch um. Das ist Dr. Jens Südekom. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf und beschäftigt sich mit den Arbeitsmarktauswirkungen von neuen Technologien. Laut ihm müssen sich zahlreiche Berufsfelder auf KI einstellen. Ob Rechtsanwalt oder auch Journalist oder Leute in der Verwaltung. Mathematiker, Buchhalter, Programmierer, Schriftsteller, Dolmetscher. Aber KIs werden tendenziell einfach die weniger spannenden Aufgaben übernehmen. Irgendwas nachschlagen, etwas vorformulieren, Dinge umstrukturieren. Sie sind vor allem digitale Assistenten. Man kann entsprechend dann mehr Zeit und mehr Energie fokussieren, dann auf die eigentlich spannenden Aspekte des Jobs. Rechtsanwälte können zum Beispiel künftig vielleicht trockene Routineaufgaben der KI überlassen und stattdessen... Ja, dann wird quasi jedes Martin-Solmecke-Video macht sich dann von ganz alleine. Das ist eigentlich schlau. Also Christian Solmecke, ich nenne ihn immer Martin, ich weiß nicht warum. Christian Solmecke guckt sich ja auch nur irgendwas an im Internet, schlägt dann anwalt.de auf und liest vor, Ja, laut Paragraf 91 StGB Absatz 2 steht hier, dass der Taschenanwalt das perfekte Geschenk auch zum Vatertag ist. Und die Videos schreiben sich dann ganz von alleine. Die wird da wahrscheinlich nicht mal mehr selber drehen müssen. Mehr Zeit für Mandatengespräche nutzen. Journalisten können sich mehr Zeit für Interviews und investigative Recherchen nehmen. Ärzte können Hilfe bei Prognosen bekommen und sich auf die Behandlung konzentrieren. Also ich zum Beispiel, ich hasse ja Schreiben. Ich mag Schreiben überhaupt nicht. Wie ist dein Code für Green Force? Harkon. Einfach nur Harkon. Ausrufezeichen Green Force. Schreiben geht mir richtig auf den Kranz. Wenn ich irgendwas schreiben muss, dauert Stunden bis Tage, bis ich da was aufs Papier kriege. Wenn ich aber die groben Eckdaten in irgendeinen Chat-GPT reinwerfen kann und ich kriege einen Text, der zumindest als Basis arbeitet, ey, Alter, mein Leben ist so einfach. Die Gefahr, dass jetzt KI zu Massenarbeitslosigkeit führt und dann Millionen von Menschen da sitzen und plötzlich nichts mehr zu tun haben, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Menschen haben seit 100 Jahren die Angst, dass irgendwann alle Jobs von Maschinen erledigt werden. Automatisierung ist gruselig. Ich weiß nicht, fühle ich überhaupt nicht diesen Punkt, dass das gruselig ist. Also wirklich nicht. Also es wird sowieso nicht alles, alles automatisiert. Und selbst wenn, Alter, wenn dieser ganze scheiß Arbeits-Bullshit, wenn die Leute merken, wie absurd überflüssig das ist, irgendwie 40 Stunden in der Woche in so einem scheiß Büro zu hocken, das ist das Beste, was uns als Menschheit passieren kann. Am Ende des Tages finden wir da vielleicht wirklich ein bisschen mehr Zeit für uns und sind nicht mehr so gestresst und permanent krank, weil wir uns in irgendeiner Lohnarbeit kaputt machen. Das kann gerne eine AI für mich übernehmen. Und wenn es meinen Job dann nicht mehr gibt, ja, c'est la vie. In den 1920ern hatten die Leute Angst, Autos würden sie arbeitslos machen. In den 40ern und 50ern war es der Einsatz von immer mehr Maschinen in Fabriken. In den 60ern und 70ern wurden Fotokopierer zum Gift für Schriftsteller, Verleger und Akademiker erklärt. In den 80ern und 90ern waren es die Computer. Ja, hat man ja gesehen, ne? Die ist ja jedes Mal die Wirtschaft zusammengebrochen, nachdem so ein Laden so ein Fotokopierer aufgestellt hat. Ich glaube, gibt es das heute überhaupt noch? Fotokopierer ist doch schon wieder komplett vorbei, oder? Es wurde eigentlich statistisch gesehen im Durchschnitt niemand arbeitslos, sondern die Menschen haben tatsächlich im Unternehmen neue Betätigungsfelder gefunden. Die wurden umgeschult, weitergebildet, umpositioniert. Es ist wie so häufig mit neuen Technologien. Sie lassen alte Jobs verschwinden und neue Jobs entstehen. Das passiert ständig, die ganze Zeit. 60 Prozent aller US-Angestellten haben Jobs, die es 1940 noch nicht gab. Wenn neue Arbeitsplätze entstehen, liegt das sogar fast immer an neuen Technologien. Ja, wir können ja mal eine Zwischenfrage machen. Also es gibt ja Berufe, die bestimmt noch nicht ausgestorben sind. Eins in den Chat, wer von euch zum Beispiel ist Hufschmied, Plakatmaler oder irgendwie, was gibt es denn noch so alles, Polylux-Ingenieur? Schon jetzt entstehen durch KIs jeden Monat tausende neue Jobs in Deutschland. Schriftsetzer, ja auch sehr gut, Stefan. Die Branche könnte die deutsche Wirtschaft bis 2030 um 11 Prozent wachsen. Wer von euch ist Domteur? Eins in den Chat, wenn ihr Domteur seid. Auch eins in den Chat, wenn ihr sechs Tanten zusammenschraubt. Das Problem ist recht simpel. Es ist sehr einfach, sich vorzustellen, wie eine Maschine einen existierenden Job zerstört. Es ist unfassbar schwer. Fehrmann. Fehrmann ist auch ein sehr geiler Beruf. Ja, sich neue Berufe vorzustellen, die heute noch nicht existieren. Ich mache Feuersteine und Zunder. Ich habe nebenher tatsächlich so einen kleinen Bauchladen, mit dem ich auf Partys immer unterwegs bin. Da verkaufe ich dann einzelne Knöpfe, Streichhölzer, Zigaretten und sowas. Doch hier gibt es auch eine entgegengesetzte Theorie. Dieses Mal sei Automatisierung anders. Wir würden dieses Mal wirklich den Aufstieg der Maschinen erleben. Ja, ja, ja. Wird irgendwann alles automatisiert? Das Future of Life Institute hat sehr medienwirksam zu einem Entwicklungsstopp von KIs wie ChatGPT aufgerufen. Zahlreiche ... Du verkaufst Bäuche? Ich hätte einen abzugeben, ja. ... die bekannte Persönlichkeiten aus der Tech-Branche haben unterschrieben. In dem Brief steht unter anderem, sollten wir alle Jobs wegautomatisieren, einschließlich der Erfüllenden? Sollten wir nichtmenschliche Intelligenz entwickeln, die uns schließlich zahlenmäßig übertreffen, überlisten, obsolet machen und ersetzen könnten? So was denken, glaube ich, nur Leute, die die Terminator irgendwie auf Feuertrompete geguckt haben. Stell ich mir so richtig vor, so ein paar 17-Jährige, die zu Hause auf dem Sofa liegen, das dritte Trompeten-Solo gerade reingedübelt haben und dann sagen, Könnte uns das auch passieren, der wird den Maschinen so viel Macht geben? Und da ist sie wieder. Die Angst vor einer Desto... Ohne jetzt den FDP-Approach fahren zu wollen, anstatt sich mit Händen und Füßen gegen etwas zu wehren und was sowieso nicht aufzuhalten ist, könnten wir schauen, wie und wo wir die Technik sinnvoll einsetzen und ethisch vertretbar. Ja, das ist ja so. Das ist kein FDP-Approach in meinen Augen. Das ist einfach... Das wird kommen und wir sind besser die Ersten, die wissen, wie es funktioniert. Topischen Zukunft. Eine Welt, in der nur noch eine Handvoll Menschen arbeitet und alles... Auf Sandwich, ja genau. Aber hier heißt das Feuertrompet. ...andere von Maschinen und künstlichen Intelligenzen übernommen wird. Wir Menschen schaffen es irgendwann nicht mehr, die KI zu kontrollieren. Mollgois, grüße dich. Wir müssen uns zwar immer wieder durch Innovation retten und relevant bleiben, doch im Zeitalter der KI packen wir es nicht mehr. Es gibt zwar neue Arbeitsplätze, aber bei weitem nicht genug, um die verlorenen Jobs auszugleichen. Das unglaubliche Potenzial... Ist doch geil, wenn niemand mehr arbeiten muss. Ja eben, ne, Sigi? Ich verstehe jetzt das Problem noch nicht. Also Computer automatisieren alles. Und dann demzufolge sind meinetwegen auch mehr Menschen nicht mehr in Arbeit. Dann kommen wir vielleicht auf die Idee, Moment mal, vielleicht können wir dann ja die Leute in Arbeit halten, wenn sie weniger arbeiten und wir ihnen das gleiche Geld bezahlen. Irgend so was. Na gut, auf die Idee kommen Linke. Gut, niemand kommt auf diese Idee. Aber dieses Arbeitsding ist halt auch einfach ein Ding, das ist obsolet. Also diese klassische Lohnarbeit, das ist was aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Wir leben jetzt aber im 21. Wir sind kurz vor der nächsten industriellen Revolution. Wir sollten tunlichst alles daran machen, dass die Menschen aus diesem Scheiß 40-Stunden-Trott rauskommen. All der KIs ist zu groß und die Rechenleistung steigt exponentiell. Es besteht die Gefahr, dass die Technik... Wir sollten jedes bisschen Intelligenz auf der Welt begrüßen. Das ist auch, weil es wirklich war... Ich als Bleiletter-Gießer fühle mich angegriffen. Das ist okay. Okay, wir gehen nachher noch in die Absinth-Bar, nachdem die Gaslampen angezündet wurden auf der Straße. Technologie immer und immer klüger wird. Es gibt auch die Gegenperspektive. Die Menschheit wird die Kontrolle behalten. KI wird uns in eine Art utopische Zukunft führen. Sie wird all unsere Probleme lösen. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Schön, der Gedanke ist... Was sind denn so... Ihr könnt doch alle diesen Goggle bedienen, Chad. Was sind denn so richtig altertümliche Berufe, die echt keine Sau mehr brauchen? So Wagenradmacher oder so. Denkweise nennt sich Long-Termism. Long-Termists versuchen oft, existenzielle Fragen weit entfernter Zukunftsszenarien heute zu beantworten. Dabei kann niemand vorhersagen, ob wir in 50 Jahren in einer Distob... Menschlicher Wecker. Ich frage, Chad, GBT ist auch geil. Das ist sehr gut gewesen. Metzger, Twitch-Mods, Metzger, Urinwäscher, Pispage, Brotbauer, Pausenclown, CSU-Politiker, König, Metzger, Hofner, Tierlandwirt, Kohlegrubenkumpels. Ihr seid alle viel zu links geworden in letzter Zeit. Wir gucken jetzt demnächst erstmal Seven vs. White, damit ihr alle mal wieder auf Kompass gezogen werdet. Utopie, Utopie oder in einem ganz anderen Szenario landen. Die Debatte ist, auch wenn euch bestimmte Argumente... Mundschenk, ich würde euch immer meinen Mund schenken. ...mehr überzeugen als andere komplette Spekulation. Cutter! Spoiler! Diese Folge kommt ungeschnitten auf YouTube. Dennoch werden diese hoch spekulativen Argumente teils missbraucht, um im Hier und Jetzt, wo es eigentlich um Fakten gehen sollte, die Debatte zu beeinflussen. Es wird zwar gerne so getan, Programme wie ChatGPT sind aber keine intelligenten Wesen und haben kein... Ja? ...und überhaupt keinen kultureller Beitrag. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ist also eine Abwesenheit von Kulturgut. Was der Baste ist. Fox Gaming, ich danke dir für deinen Gifted Sub. Mensch, der Wecker gibt's echt. Nannte sich Knocker Upper und das war so ein Typ... Nein, RTL! Wenn man individuelle Lösungen anbieten will, braucht man erst exklusiv erstellte Probleme. Ist das Ding an? Also mein Haus Drache. Die ist ja nur am Meckern. Wollte ich mich letztens auf die faule Haut legen, war die einkaufen. Fips eröffnen müssen? Der Name hat mich schon komplett abgeholt. Dankeschön für deine Donation. Fips eröffnen müssen ist natürlich sehr gut gewesen. Ihr müsst gar nicht denken, dass wenn ihr so lange Texte schreibt, dass ich die lesen werde. Noch nächsten Monat ist Geburt LOL. Alerte, Alerte. LOL. Santa, ich danke dir für acht Monate und deine diversen Millionen verschenken Gifted Subs auf diesem Kanal hier. Also wenn ihr Texte schreibt, die länger sind als zwei Fingerbreit Bacardi, weigere ich mich, die vorzulesen. Kein Bewusstsein und wir sollten nicht über sie diskutieren, als wären sie das. Man kann das Wort Intelligenz hier schnell missverstehen. Es sind Algorithmen, die Muster in gigantischen Datensätzen erkennen und daraus neue Muster erstellen können. Sie wissen und verstehen dabei nicht, was sie für Content generieren. Offene Briefe zu Entwicklungsstopps und fatalistische reißerische Zukunftsvisionen sind laut vielen Kritikern nur ein riesiges Ablenkungsmanöver. Es ist leicht, sich über... Kurz und knackig, danke Tranebo. Abgehoben, diese Harkon. Stimmt, Santa. ...sektive Szenarien in 50 Jahren zu streiten. Zwei Finger breit Bacardi, danke, mir fehlen die Worte. Die massiven Probleme, die KI schon heute mit sich bringt, kann man dann ignorieren. Aber das wäre ein riesiger Fehler. Macht KI unsere Gesellschaft ungerechter? Krass, wie sie einfach Merkel bekommen haben, dass die das einspricht. Aber die hat jetzt ja auch Zeit, ne? Macht doch Schriftgröße kleiner, dann sind die Blöcke kleiner als zwei Finger. Dankeschön. Die Modelle sind nur so gut, wie der Datensatz, mit dem sie gefüttert werden. ChatGPT wurde beispielsweise mit Textdateien aus dem Internet trainiert. Also ich habe ja auch eine AI tatsächlich. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel Bits spendet, ich sage mal so ab 500 Bits zum Beispiel, dann wird das, was ihr da reinschreibt, von einer Computerstimme vorgelesen. Keine echte Menschenstimme, sondern eine Computerstimme. Und viele Texte im Internet sind, naja, diskriminierend, unvollständig und schlichtweg falsch. Ein Journalist von The Intercept hat sich ein Programm anbauen lassen, dass das Sicherheitsrisiko von Reisenden an Flughäfen einschätzen soll. Die Herkunftsländer Syrien, Irak, Afghanistan und Jemen wurden automatisch als gefährlich markiert. Der 25-jährige Amerikaner John Smith, der durch Syrien und in den Irak gereist ist, kriegt dann einen Risikoscore von drei. Ali Mohamed kriegt einen Score von vier. Schlicht, weil er Syrer ist. Sicherheitsexperten sind sich einig, dass so ein Profiling basierend auf dem Herkunftsland nicht nur rassistisch ist, sondern auch ganz und gar nicht bei der Bekämpfung von Terrorismus hilft. Junge, stell dir mal vor, sowas würde jetzt einfach schon gemacht werden ohne das System dahinter. Stell man sich das mal vor, wenn jetzt einfach die Behörden von sich aus rassistisch wären ohne eine AI. Auf, du wirst das Geld nicht zurückbekommen. Hallo, ich bin Hans. Wow, das gibt's ja gar nicht. Dankeschön, Hans, für drei Euro, glaube ich. Unvorstellbar, ne? Stell dir mal vor, dass du als Syrer zum Beispiel potenziell kritischer eingeschätzt wirst, einfach nur, weil du Syrer bist. Bei der Wohnungssuche zum Beispiel, das ist ja wirklich eine Dystopie, auf die wir dazu rennen. Wenn in Zukunft eine KI die Passagierchecks übernimmt und rassistisch entscheidet, wen zieht man dann zur Rechenschaft? Die Verantwortung würde laut Experten bei den Entwicklerteams liegen. Sie haben die Datensätze ausgewählt und das Modell trainiert. Entsprechend müssen sie gewährleisten, dass ihre Systeme fair sind. Doch aktuell ist die Arbeitsweise der großen Entwickler noch eine ziemliche Blackbox. Die Datensätze Buschi, du mieser kleiner und die Art und Weise, wie die Modelle trainiert werden, sind häufig ein Geheimnis. Oha. Wenn alle hier kommen und ihre Mehrversteckdosen mitbringen und an den Strom anschließen und dann schließt der nächste seine Mehrversteckdose an den Strom von den anderen wieder an, dann kommt wieder einer mit einer Mehrversteckdose. Wieder eine Mehrversteckdose und so weiter und so fort. Totale Überlastung. Boom. Ist auch wirklich der beste Alert für alles. Ey Jill, vielen Dank für deinen Rate. Sehr, 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 sehr liebenswert. Ich bedanke mich sehr herzlich. Was gab es heute bei euch? Was habt ihr gemacht? Wir haben uns überhaupt nicht mit Politik auseinandergesetzt. Das ist ein Thema, da kann ich mich nämlich nicht aus und jetzt machen wir gerade was mit AIs. Brot, Brot, sehr viel Brot. Gab es da nicht mal so ein Ding, dass Google Fotos POC als Affen erkannt hat? Oha, ich hoffe nicht. Ging um Momfluencerinnen. Oh Gott, das glaube ich, das klingt nach einem Thema, wo ich mich potenziell drüber aufregen würde. Momfluencerinnen sind doch so, so Mütter, die ihre Kinder quasi ins Internet stellen. Viele Experten fordern die netteste Formulierung, die mir gerade dazu eingefallen ist. Ich hatte ganz andere Gedanken im Kopf gerade. Der klassische Reinkommen nach zwei Wochen Stream-Pause, easy, ne? Mehr Transparenz, um Open AI und Co. besser... Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder, Demokratie funktioniert einfach nicht. Berufe, die kein Mensch braucht. Antwort von ChatGPT, Influencer, Personal Shopper, Astrologe, Detox-Berater, Live-Coach, Ghost-Heiter, Food-Blogger, Hundesitter, Mystery-Shopper, YouTuber. Based. Wir haben ein Video von Mirella geschaut, das ein bisschen differenzierter war als das. Okay, gut. Mirella ist, also mir relativ egal, meines Erachtens. Die ist schon, die ist da, glaube ich, ganz gut, das einzuordnen. Plus Streamer, ja. Streamer braucht man auch realistisch gesehen nicht, ne? Das ist jetzt ja auch, das unterschreibe ich ja sogar. Aber, ihr werdet ja, ihr werdet ja gar nicht so gut unterhalten ohne mich. Oder? 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 Sag das. Sag, 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 oh Gott. Oh Gott. Ihr werdet besser dran ohne mich. Oh nein. Ja, kann man wohl nichts machen, ne? Jeder ist ersetzbar. Regulieren und zur Verantwortung ziehen zu können. OpenAI versucht, die Antworten von ChatGPT zu filtern, damit der Bot zum Beispiel keine rassistischen Dinge schreibt. Doch es gibt etliche Wege, diese Filter zu umgehen. Dazu haben wir auf unserem Zweitkanal TwoBotGuys bereits ein ausführliches Video gemacht. Ein Link ist in der Beschreibung und auf der Endcard. Hinter diesen Filtern steckt auch keine besonders beeindruckende Technologie, sondern schlicht ziemlich viel menschliche Arbeit. Deshalb setzen OpenAI und Co. häufig auf schlecht bezahlte Arbeitskräfte in Entwicklungsländern, die kategorisieren und überprüfen Inhalte, ähnlich wie bei Facebook und anderen Social Media Plattformen. Bis Anfang letzten Jahres hat ein kenianisches Team sich für OpenAI beispielsweise Texte und Bilder von Kindesmissbrauch, Vergewaltigungen, Ermordungen und anderen verstörenden Inhalten angeschaut und sie kategorisiert den Job. Boah, den Job will ich nicht machen. Die armen Schweine, die früher bei Facebook moderiert haben, die mussten das ja auch machen. Alles, was auf Facebook hochgeladen wurde oder gefleckt wurde, sei es jetzt Mord, Vergewaltigung, Brutalität und so weiter, dann musste alles manuell geprüft werden von so Leuten, die einfach im Callcenter gesessen haben oder so. Denen ging es richtig dreckig. Und das Schlimme ist, dann bei den schlimmen Sachen, bei dem ganzen Nazi-Scheiß und so, hat Facebook dann ja gesagt, okay, meinungsfreiheit, ne? Die jeweiligen Modellen kann man dann entsprechend antrainieren, so was nicht zu produzieren. Die Tätigkeit wurde teilweise mit weniger als zwei Dollar pro Stunde vergütet. Die Zusammenarbeit wurde früher als geplant von der kenianischen Seite beendet. Wird es immer noch geben, ja. Laut führenden Forschern basiert die derzeitige KI-Industrie zu Teilen auf einem globalisierten ausbeuterischen System. Gibt es, also jetzt haben schon zwei Leute gesagt, da gibt es einen Film oder eine Doku drüber, die The Cleaners heißt. Wahrscheinlich auch nur sehr eingeschränkt zu ertragen. Also was du da stellenweise sehen musst und das über Stunden, über Tage, über Wochen, je nachdem, wie lange du das da aushältst, das muss wirklich sehr schlimm sein. Und ich glaube, den Leuten hat man auch keinerlei psychologischen Support oder sowas in die Hand gegeben. Ich habe es schon mal gesagt und sage es wieder, Demokratie funktioniert einfach nicht. Ist der deutsche Streamer Harkon ersetzbar? Antwort von ChatGPT, der deutsche Streamer Harkon ist nicht ersetzbar, weil er einzigartig ist und viele Fans hat. Oh, Mark. Du ekelhafter Schleimer, aber du bist ein süßer Schleimer. Dankeschön für die 100 Bits. Ich brauche mehr so süße Schleimer. Manchmal, ich glaube, wenn, ich glaube, wenn... Mein RTL! Hallo, ich bin Jimmy. Es ist 1850, Bowling wird belebt. Ich verdiene einen Nickel die Stunde als Pins hätte. Wenn ein Spieler geworfen hat, stelle ich die Pins für den Wider auf. Für meinen Stundenlohn kann ich mir eine Cola kaufen. Da ist noch Koks drin. Anonymer, danke dir für zwei Euro. Da ist ja noch Koks drin. Insbesondere Menschen in Entwicklungsländern leiden darunter. So verstärken KI... Da war ja noch Koks drin. Produkte potenziell strukturelle Ungleichheit. Auch innerhalb westlicher Gesellschaften könnten KIs solche Effekte haben. KIs sind, wie bereits erwähnt, vor allem für die Kreativbranche, Bürojobs und Assistenztätigkeiten eine Gefahr. Wahrscheinlich, ja. Einen Termin machen, kurz eine Info nachschlagen, eine Tabelle oder eine Präsentation erstellen, eben was coden oder einen Text verfassen. All diese Arbeit können digitale KI-Assistenzen wahrscheinlich bald erledigen. Topverdiener sind dabei nicht so gefährdet und können sogar profitieren. Ja, gut. Ich bin kein Freund mehr davon. Topverdiener sollten wir als allererstes wegrationalisieren. Der Anwalt, die Ärztin oder der... Und damit meine ich natürlich Leute unter 2000 Subs. Unternehmer können mit KIs wahrscheinlich ihre Kosten reduzieren. Viele Angestellte dagegen müssen sich potenziell neue Jobs suchen. So könnten vor allem diejenigen durch KIs reicher werden, die eh schon gut dastehen. Die Arbeit der stagnierenden Mittelschicht könnte weiter entwertet werden. Umso wichtiger wird es, Arbeitskräften neue Chancen und Umschulungen zu ermöglichen. Nein, die sollen aufhören zu arbeiten. Das muss... Wir müssen dieses scheiß Rad endlich mal zerbrechen, dass die Leute sich in irgendwelche Jobs reinprügeln, damit sie ihre Rechnung bezahlen können. Das muss einfach vorbei sein. Wir können jetzt nicht... Wir können jetzt nicht mit der Super-Hyper-Zukunftstechnologie genauso weitermachen wie vorher. KI wird uns nicht alle abschaffen. Sie wird unsere Arbeitswelt aber nachhaltig verändern. Es liegt an uns und unseren Regierungen, die bereits bestehenden Herausforderungen in Angriff zu nehmen, ohne sich in Debatten zur weit entfernten Zukunft zu verrennen. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst global. KI sollte diesen Trend nicht weiter verstärken. Wie reguliert man OpenAI und Co., um ihre Produkte im Interesse der Gesellschaft zu entwickeln? Wie schützt man Content-Manager vor Ausbeutung? Können wir die AI benutzen und fragen, wie man reiche Leute enteignen kann und dann machen wir das so? Wir müssen das doch nur nutzen. Niemand braucht Milliardäre. Wir brauchen nicht mal Social-Media-Manager. Ich sage das immer wieder. Wenn ihr als Social-Media-Manager arbeitet, betrachtet euch als gekündigt. Kein Mensch braucht euch. Kein Mensch braucht Social-Media-Manager. Dieses Ganze, ich kaufe mir jetzt eine Kampagne und kontrolliere meinen Return-on-Adspends und so weiter. Vergiss es. Vergiss es. Heutzutage, ich passe auf Marketing, Gratis-Marketing-Tipp von mir. Wenn ihr irgendein Produkt habt, dann macht die Packung in Regenbogenfarben und setzt einen Innen hintendran. Ganz einfach. Mach einfach hier, wenn ihr, ihr heißt, ihr heißt zum Beispiel Weck-Dock. Einfach eine Regenbogenverpackung nehmen und Weck-Dock-Innen draufschreiben und die Leute werden das medial so breittreten, so eine Kampagne könnt ihr euch gar nicht kaufen. Brauchen wir eine KI-Steuer, um Gewinne durch KI gerecht zu verteilen? Künstliche... Das wird überall breit getreten. In jeder Zeitung, in jedem Online-Blog wird es drin sein. So eine Kampagne kriegt ihr für Geld nicht finanziert. Einfach gendern und Regenbogenfarbe. Die Intelligenz kann unsere Welt bereichern und wir haben die Kontrolle darüber, ob sie es auch wird. Cheers. Cheers. Aber ein cooles Video. Bis auf das NordVPN-Placement, das war ziemlich... ziemlich whack. Aber ansonsten schmeckt. Gutes Video. So, YouTube, wenn ihr auch gut schmecken wollt, dann kommt doch auf Twitch vorbei. Da könnt ihr unter anderem erleben, wie der süße Mr. Hund sich an den Weck-Dock-Süßigkeiten sein kleines Bäuchlein vollstopft. Oder ihr könnt mich betrachten, wie ich mit meinem Chat mich unterhalte. Von daher www.twitch.tv.com Der Kanal, der braucht keinen Cutter mehr. Der Kanal, der bald keinen Cutter mehr braucht.